Oh, guck mal, da steht die schon, Alter. Das Teil darf ich heute fahren. Mein Lieber. Grüß dich. Spontan Probefahrt mit der neuen Supermoto von Ducati. Ducati Düsseldorf hilft aus. Wir unterstützen euch. Geiler Typ, Alter. Du hast jetzt das Privileg, dass du da als erster Probefahrt drauf machen darfst. Der erste? Als erster. Also. Was hatten die jetzt an Leistung? 77,5. Auf wie viel Kubik? Was hat die für einen Motor drin? 698. Ah, stimmt. Steht drauf. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, oder wie ist das? Dafür haben wir das extra nochmal ein paar Mal draufgeschrieben. Du vertraust mir das Ding wirklich an. Dann hätte ich dich heute nicht angerufen. Hast du gerade gerülpt, du Schwein? Nein. Lüge. Dicke, stell dir mal vor, wir kommen gleich. Auf die Kö und dann einfach richtig dicke Poser-Kontrolle. Und wir so, alles original. Ich würde so ausrasten, das wäre so geil. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.